Hallo meine Freunde, der Sonne da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Lieber Andy, grüße gehen raus und ja, eigentlich müsstest du dich nicht Andy Arbeit nennen, sondern Arbeiter Andy. Hört sich viel geiler an, aber ey, ey, ne, schrei mich nie an, schrei mich nie an, ich mein ja nur. Ja und heute reagieren wir auf sein Video, YouTube-Kacke, Dead Left in der Matrix, ja, bin ich auch manchmal, hab ich auch manchmal das Gefühl. Aber wir fangen jetzt mal ganz entspannt bei der Choreo von mir an. Du stehst mit dem Schwanz weit, fief nach vorne, ich zeig dir kurz nur die Füße und dann nehmen wir die Hände dazu, ok? Es ist Step, 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 Step. Hier siehst du schon, dass ich von oben immer etwas tief gehe. Step, Ksch, 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 Henne, Ksch, 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 Ksch. Nimmst die Hände hier an einen imaginären Gürtel. Ey, Moment, ich brauch keinen imaginären Gürtel, ich hab einen Gürtel an und mein Hosenstall ist offen. Ist mir grad was ausgefallen. Ups, könnte das sein? Ja, könnte sein, dass ich die ganze Zeit da nicht grad in der Bahn, äh, oh ja, vielleicht haben mich deshalb die Leute angeguckt. Schade, ich bin so hübsch. Aber ne, gut, mein Hosenstall war offen. Jetzt ist er zu, es tut mir sorg. Gürtel, gehst tief, fief und dann pass auf, zuerst das hintere Bein, tüch rein, das gleiche Bein, tief und so. Ok, wir probieren es nochmal schnell, lass es uns zusammen kurz machen. Fünf, sechs, sieben, fünf, dämpf, 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 dämpf. Von hier drehst du dich rüber, dazu gehst du etwas in die Hocke. Pass auf, tief und wieder oben. Wenn du da bist, aufpassen, zurück, vor, zurück. Das ist so bescheuert, ne. Das machen wir nochmal zusammen. Das ist dran. Du musst die Schultern in die entsprechenden Richtungen ziehen, ok? Okay, hey, zurück, das Bein geht nach oben. Zurück. Wahnsinn. Boah. Wenn man den so reden hört, ne? Also, ich weiß, das ist jetzt geschnitten, ne? Aber die Geräusche hier, die macht der wirklich, ne? Also, denke ich jetzt mal, ne? Ich denke mal, die sind hier reingearbeitet. Ich denke mal so irgendwie, ähm... Ne? Wo bist du ausgebrochen? Die mit einem weißen Kittel suchen. Und vor allen Dingen, der hat in seiner Halle, hat der 1, 2, 3, 4, 4, hat der 4 Heizungen. Ich habe in meiner ganzen Wohnung 3. Ne, warte mal. 1, 2, äh, ja gut, 3. Doch, ich habe 3. Und der hat einfach mal für einen Raum, hat der einfach mal 4 Heizungen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte seine, ähm... Nebenkostenabrechnung nicht haben, ne? Also, ich heiz zum Beispiel gar nicht und ich kriege immer ganz gut Geld immer zurück. Den Arsch mit. Langsam, bam. Langsam, bam. Und dieses Bam kriegst du hin, indem du die gesamte Muskulatur anspannst. Wie so eine Explosion. Batsch! Okay? Komm noch mal ganz kurz von hier. Aufpassen. Und... 1 und... Tak, tak, ka! Jetzt bist du hier, gehst mit einem Bein nach vorne. Das ist schon mal so, ja. Nimmst den Arsch mit. Schnitt. Und machst wie so eine Schlangenbewegung. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Da ist es zu Ende. Und jetzt zieht es sich wieder zurück. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch sein kanal an wie immer alles in der beschreibung guckt bitte da mal rein dafür gibt es eine beschreibung meine freunde der sonne ne und wenn ihr nie die beschreibung rein macht dann mache ich das mal ganz anders da werde ich einfach mal eine ganze beschreibung welche einfach ins video mitten aufs video posten wirklich komplett einmal durch dass ihr das mitbekommt dass eine beschreibung existiert ja original video ist auch verlinkt und ich wünsche euch ein schönes wochenende lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten video haut rein und tschüss